Antenne Vorarlberg Hallihallo, Sandra Tasek vom Antenne Vorarlberg Frühstücksradio und ich habe heute der beste Job auf der ganzen Welt. Ich darf jetzt dem Patrick Böcklius ranken, weil feierlich sein neuer Grill überreicht. Glückwunsch! Danke, super. Freust du dich über dein neues schickes Style? 1500 Euro ist der Weber Grill wert vom Grilljob Madeleine in Dornbirn. Hast du damit gerechnet, dass den du gewinnen könntest? Nein, also gar nicht. Überhaupt nicht damit gerechnet. Aber ist natürlich umso schöner, sensationeller Grill. Das, was man schon sieht. Das, was passiert. Du siehst das. Wir spannen die jetzt nicht mehr länger auf die Folter. Ich bin nicht alleine da. Ich habe den Grill im Gepäck und unseren Martin Veit. Hi Patrick, ich gratuliere 1500 Euro Grill vom Grilljob Madeleine. Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie denn der ausschaut und ihr auch. Dann würde ich sagen, lüften wir das ständig an. Tada, tadaaaaa! So! Ein mega Teil. Super! Sehr schwer. Und so schaut die aus. Wahnsinn! Ein Wahnsinns-Teil. Wer ist eigentlich berüstet für die Anteri-V alberg Grill Party? am Montag, mit wem wirst du mitgelden? Also wir sind eine große Gemeinschaft eigentlich, Schwager, Schwester, Schwägere, Frau, Kinder, also etwa zehn Leute. Vielleicht hätte ich so gerne ein bisschen mehr, da können wir ein bisschen mehr auflegen. Und das Besondere dieses Jahr, das Wetter spielt ja sensationell mit, also wenn ihr auch noch mitkriegen wollt, meldet euch an auf unserer Homepage Antennevoralberg.at. Eine Zutatenliste, das Menü ist natürlich auch online und für alle, die die Zutaten im Sutterlüthi einkaufen, bekommen an der Kasse noch einen Sechser-Träger Forenburger Geschenk.